Dramafreaks! Das Wetter wird immer schlechter. Mein Nachbar meht auch noch schnell. Es zieht ein Unwetter auf. Das wird nichts mehr mit der Drohne. Nein! Ja, Freaks, was gibt es heute für ein Thema? Es gibt kein Thema. Es gibt mal so ein paar schöne Luftaufnahmen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der kommt heute vorbei mit seinen Drohnen. Das ist ein echter Drohnenfreak. Der hat anscheinend, ich weiß nicht, wie viele Drohnen er hat. Mehrere, glaube ich, werden wir nachher erfahren. Ja, und dann machen wir mal ein paar Flüge über unser Grundstück. Leider sollte es heute Nachmittag schlechter werden. Um 16 Uhr soll es regnen. Aber schauen wir mal. Ja, Rasenfreaks, da sind die mehr am Start. Der Edco ist jetzt noch fertig geworden. Ich habe heute echt einen schlechten Tag gehabt. Zweimal den Pinsel in die Spindel rein. Genau das wollte nicht passieren. Oh Mann! Freaks, heute ist nicht mein Tag. Irgendwie ging gar nichts. Ich war irgendwie müde. Ich kam heute überhaupt nicht voran. Aber bei mir ist fertig. Ich wollte so eine richtig schöne scharfe Spindel haben, damit wir gleich die coolen Drohnenvideos machen können. Oh Mann! Aber wie ihr seht, es ist so windig. Wahrscheinlich geht Drohne heute überhaupt nicht. Ich habe jetzt extra über den Mähen gewartet. Jetzt fliegt mir noch eine Fliege ins Auge. Weil gleich mein Kollege, der Drohnenfreak Thorsten kommt. Da wollen wir ein paar schöne Drohnenvideos machen, wie die Drohne hier so über das Grundstück fliegt. Ich wollte dann auch mähen und die Drohne soll oben stehen und dann von oben auf mein Mähbild gucken. Haben wir alles geplant. Ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Ihr werdet sehen. Ich bin der Rasenfreak und dein Papa ist der Drohnenfreak. Ja, cool. Oh, hier. Rute Lämpchen am Start. Ein bisschen weg. Die letzten Programmierungen. Jetzt werde ich starten. Cool. Das ist doch total cool. Ah-emed! Mmmhm! 18 20 20 22 20 21 22 22 23 23 24 22 Musik 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 Musik